Neuerung bei den Gildengefechten in Forge of Empires Die Gildengefechte sind seit ihrer Einführung eines der wichtigsten Spielelemente in Forge of Empires für ambitionierte Spieler. Nirgendwo kann man mehr Ranglistenpunkte und Belohnungen bekommen. InnoGames setzt nun noch eins obendrauf. Und gönnt den Gildengefechten eine grundlegende Überarbeitung. Das Update steht seit heute auf dem Beta-Server zur Verfügung und natürlich habe ich es sofort angespielt. Es wird sicherlich noch etwas dauern, bis dies dann auf allen Spielerwelten verfügbar sein wird. Die sofort erkennbare Änderung ist die neue Karte. Im 14-tägigen Wechsel mit der bekannten Karte der Gildengefechte wird es nun diese neue Karte geben. Sie basiert nun auf Sechsecken. Dadurch haben die Felder mehr Nachbarfelder, insbesondere das zentrale Feld im Zentrum der Karte. Dazu wird mehr Strategie erforderlich sein als bisher. Die einzelnen Sektoren der Karte haben neue Namen bekommen. Dies soll es erleichtern, Angriffe zu koordinieren und zu wissen, gegen welche Provinz man eine Aktion durchführen möchte. Vor dieser Aktualisierung war jede Provinz durch einen Buchstaben und eine Zahl gekennzeichnet. Der Buchstabe gab die Richtung und den Sektor an. Zum Beispiel D ist der nordwestliche Sektor. Und die Nummer den Ring, in dem die Provinz liegt. Zum Beispiel 1 ist der mittlere Ring. Erst durch die Angabe des Namens wurde der Sektor dann eindeutig. Um die Suche nach der Provinz zu erleichtern, wurde ein Buchstabe hinzugefügt, der die Position der Provinz innerhalb des Sektors und des Rings angibt. So ist der zentrale Sektor in der Mitte immer x1x. Diese mittlere Ziffer wird nach außen hin immer größer. Also 2, 3, 4, 5. Der vordere Buchstabe kennzeichnet die Richtung. Oben mit A beginnend und dann in 60 Grad Schritten im Uhrzeigersinn weiter. B, C, D, E, F. Da dies nur in der Mitte eindeutig ist, es aber mit jedem Ring nach außen immer mehr mögliche Sektoren gibt, werden diese durch den letzten Buchstaben eindeutig. A, B, C oder D. Die wohl eindrucksvollste Neuerung ist die mögliche Belohnung großer Elefant. Offensichtlich vom Mulgul-Reich inspiriert, liefert dieses neue 4x3 große Gebäude dem Spieler täglich Münzen, sowie eine permanente Steigerung des Angriffsbonus der angreifenden Armee in allen Kämpfen. Zusätzlich bekommt die Gilde Güter und Gildenmacht durch das Gebäude. Abhängig vom Erfolg eines Gildengefechtsdurchgangs bekommt jeder Spieler eine gewisse Anzahl von Fragmenten für dieses neue Gebäude. In der Diamant-Liga bekommt jeder Spieler der siegreichen Allianz beispielsweise 78 Fragmente. Selbst Spieler der möglicherweise absteigenden, letztrangigen Allianz bekommen immerhin noch 58 Fragmente. 200 Fragmente sind erforderlich, um das Gebäude zu errichten. Mit weiteren so gewonnenen Fragmenten können danach dann Upgrade-Kits erzeugt werden, mit denen das Gebäude dann schrittweise bis auf Stufe 7 ausgebaut werden kann. Ein letzter, weiterer Ausbau auf Stufe 8 ermöglicht so dann die Wahl zwischen drei Gebäudevarianten. Elefanten-Bazaar, Elefanten-Zitadelle und Elefanten-Königshaus. Diese haben jeweils eigene Schwerpunkte hinsichtlich Forgepunkte, Güter und Kampfboni. Auf diesem Level ist das dann ein sehr begehrenswertes Gebäude. Zusätzlich gibt es ein anreihbares Kettengebäude, der Schillernde Garten. Teilnehmer der Diamant- und Platin-Liga können zusätzlich zu ihren Fragmenten für den großen Elefanten noch Fragmente des Schillernden Gartens gewinnen. Mit 100 Fragmenten kann dann der Schillernde Garten errichtet werden und mit jedem angereihten Kettengebäude werden die Werte des großen Elefantens nochmal aufgebessert. Also noch mehr Forgepunkte, Güter für den Spieler, sowie Verteidigungsbonus für die angreifende Armee. Um den Fortschritt in den Gildengefechten besser verfolgen zu können, wurde das Gildenmenü aktualisiert. Nun kann man hier auch die vergangenen Erfolge der Gilde sehen. Darin enthalten ist eine Rangliste aller Gilden, in der man die Entwicklung der eigenen Gilde sehen kann, also Anzahl der Siege und Gildenpunkte. Diese Liste wird nach jedem Gildengefechtsdurchgang aktualisiert. Fährt man mit dem Mauszeiger über die Ligasymbole, wird die Teilnahme der Gilde angezeigt, also wie viele Schlachtfelder die eigene Gilde in ihrer jeweiligen Liga bereits absolviert hat. Diese Informationen im Gildenprofilmenü werden erst dann angezeigt, wenn die eigene Gilde die Mindestanzahl von 40 Kämpfen oder ersatzweise 20 Verhandlungen erreicht hat. Standardmäßig wird auf der Karte das Gildenschild angezeigt, sowie die Kennzeichnung, welche Provinzen Ziel sind und welche ignoriert werden sollen. Über eine Schaltfläche unten links wird stattdessen der Name der Provinz, also zum Beispiel E4B, sowie die Anzahl der insgesamt verfügbaren Bauplätze angezeigt. Wenn eine Provinz erobert wird, kann man im Kampflok am linken Rand des Bildschirms sehen, welcher Spieler die letzte Aktion zur Eroberung durchgeführt hat. Die Gilde, der man die Provinz abgenommen hatte, wird ebenfalls angezeigt. Als zusätzliche Unterstützung für die Schlachtfeldmanager wurde ein Verstoßprotokoll eingeführt. Dieses benennt Spieler, die eine Aktion gegen eine ignorierte Provinz durchgeführt haben. So kann man diese Spieler dann gezielt ansprechen, sich an die Vorgaben zu halten. Es wird allerdings weiterhin möglich sein, die Vorgaben zu ignorieren, was gelegentlich ja auch ganz wichtig sein kann. Die Regeln für Kämpfe, Zermürbung sowie Auf- und Abstieg der Gilden bleiben unverändert. Das Update wird also keinen Einfluss auf die mögliche Anzahl von Kämpfen haben. Mit diesem Update kommen also eine komplett neue Karte, neue Belohnungsgebäude und mehr Bedienungskomfort. Das wird den Gildengefechten nochmal zusätzlichen Pep geben. Viel Spaß und genauso wichtig, viel Erfolg!